Heiho! Riker äh sicherlich, aber das dauert denk ich ein bisschen Ich weiß gar nicht wieviel es gerade bei Moga ist Sorry, unterm streamer irgendwo verlinkt Äh, fuck right Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, die limitierte Edition Empfehlen, weil die halt echt nur ein paar Euro billiger oder teurer ist Ah, die sind teurer geworden Naja Als ich die gekauft habe war war 41 Euro Ist aber oft so, wenn das Spiel gut läuft wird es meistens immer ein bisschen teurer Zeit um rauszuziehen Der Test-Server ist logischerweise nur online, wenn was getestet wird Also wenn das Update fertig ist, dann kommt es auf den Live-Server und der Test-Server ist zu Defensiver, ja das ist das Problem Ich bin, ich, deswegen fahre ich die Tile eigentlich ungern Ich bin kein Defensiver-Spieler Ja den limitierte Edition kostet 14,99 Test-Server kommt, denke ich, definitiv vor Weihnachten, ja Deinemí deIC Denke, vielleicht haben wir sogar Glück, dass das Update noch vor Weihnachten kommt Ich denke, vielleicht haben aber doch Glück, dass die Update noch vor Weihnachten kommt Eigentlich weiß, wieviel WG da noch zu tun hat Ich weiß, wieviel WG da noch zu tun hat Und dann war das so ganz gut Wir haben sie nicht schraubt. ich so mit dem ding hier normalerweise habe ich auch nicht so probleme sage ich mal so limitierte da ist doch diese sind die erweiterung oder so hier das shark oder apu und denks baus lol der zwölfte ist echt so blöd und fährt noch zurück zu unserem team strong team ist der s25 arti kummern guck ich küsste andere gehen an dann schießt die arti die gleich hochweg so ein arti markierer ich küsste küsste Was? Was ist denn kaputt? WTF? Wo sind die Schüsse hängen geblieben zum Teufel? Hallo, ich bin immer offen scheinbar. Ich hätte einen Blindshot nicht gesetzt. Strunk, Alter, wo sind die Schüsse hingeflogen? Da ist doch nichts. Kein Wrack oder so? Sieht echt nicht gut aus. Wir haben leider einen TB40, der da hinten rumgammelt. Er ist zwar eigentlich an einer strongen Position und so, aber er bringt unserem Team halt absolut gar nichts. Penetration. Weil er da halt mehr oder weniger nur umsteht. Strunk-Server. Wir haben sie nicht sogar schraubt. Wir haben ihn nicht. Wir haben ihn nicht. Nein, Gott. Oh mein Gott. Rekt Team äh. Enemy Harbour ist hit. Enemy Vehicle destroyed. All right. Enemy arbor is damaged. Enemy is hit. Enemy armor is damaged. Enemy is hit. Enemy armor is destroyed. Right. Enemy armor is damaged. Enemy armor is damaged. Enemy armor is damaged. ah die arti ist gleich auf zack hoffentlich spotte ich den und die arti klopft ruf problem ist aber der hat noch 400 hp also ich würde ihn eigentlich nicht plätten können hey ho penetration Ich kann nicht mehr capen, wir müssten alle drei hin capen. Nein, da fand ich was kaputtes. Das ist schlicht. Warte shit, unsere Leute, mach das durch. Ach, dir geht mich hunden. Loll, Strong, Strong. Geile Sache. Epic. Jetzt habe ich sie echt getrackt, Alter. Fehlabend ist verabschiedet. Entschuldigt. Ist mir egal, wir sind die Verteidiger, wir würden trotzdem. Ah, die steht wahrscheinlich dahinten, ne? Ja. Ach, schade. Einen Snapshot mit High hätte ich noch ausprobiert. Geiles Match. Ja, 3.000 Schaden. Wir würden gar nicht wissen, wie viel Willen 8 die Runde gemacht hat. Alter schön, das sah ja zwischendurch echt übel aus. Aber hat der doch noch geklappt. Geile Runde.